Yo, da sind wir wieder zurück zu Kingdom Hearts. Und, ähm... Nö, da kommt nix raus. Schade. Rein da. Rein da. Rein da. Okay. Eine Sechser. Da hab ich eine. Da hab ich eine. Da hab ich keine. Da hab ich drei. Die kann ich nehmen. Ich hab mal eine allmächtige Dunkelheit ausprobiert. Und, boah, das war ein harter... Das war ein harter Raum. Oh, ne Schatztruhe. Da ist sie ja. Ariel. Das ist alles meine Schuld. Hätte ich bloß nie den Dreizack meines Vaters genommen. Ich hätte wissen müssen, dass es so weit kommt. Also hat sie ihn gestohlen. Boah, was war das denn für eine Stimme? Also hat sie ihn gestohlen. Uh, da kommt wer. Keine Sorge gehen. Du hast das Richtige getan. Ich bin mir sicher, du würdest alles tun, um deinem kleinen Freund zu helfen. Ich bin die Italiano-Meereshexe-Krake-Ursula. Den armen Fabius hattest du in den Welten Menschen verschlagen. Das ist kein guter Ort für einen kleinen Fisch, denn da macht man Fischstäbchen aus ihm. Wenn wir uns nicht beeilen, gibt es mit deinem Freund bemöglich keine Rettung mehr. Nein. Außerdem gibst du mir den Dreizack ja nichts, sondern leist ihn mir nur. Ja, wer es glaubt. Du, liebe Katz Fabius, retten. Leih mir den Dreizack. Dann helfe ich dir. Aber Vater braucht den Dreizack, um Atlantika zu verteidigen. Vor dir, zum Beispiel. Ich muss nachdenken, Ursula. Also, mir ist das egal. Aber vergiss nicht, dass dein Freund Angelhaken ausweicht, während du hier Flüsschen träst. Komm mich einfach besuchen, wenn du es dir überlegt hast. Und was mache ich jetzt? Ursula, nicht vertrauen. Das steht fest. Wie lange habt ihr schon gelauscht? Wir standen praktisch zwei Meter neben dir. Das kann man schon nicht mehr lauschen nennen. Lang genug. Mit einem ganz stolzen Gesicht. Was sei es? So ratrecht. Du darfst dieser Meereshexe nicht ertrauen. Ursula führt böses und blöde. Das merkt man ja an. Ja, allein schon an den ganzen Krakenarme, die sie da hat. Das ist schon ein Zeichen für übel. Dann sind wir uns ja einig. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wo Fabius ist. Ursula ist der Einzige, die uns helfen kann. Und was ist mit uns? Lass uns mit Ursula reden. Du musst dort nicht alleine hin. Wirklich? Ihr kommt mit? Na klar. Ich weiß, wie das ist, wenn Freunde in der Klemme stecken. Auf geht's! Döp, 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 Schlüssel zur Wahrheit erhalten. Boom, nix drin. So, mal sehen. Finde ich den Weg denn auch von alleine? Ah, der Raum mit dem... Welche ist die richtige Truhe? A, B oder C? Vielleicht auch X. Komm, was raus? Oh, Mogri-Punkte, Mogri-Punkte. Moine, Mogri-Punkte. Ha, 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 okay. Suchen wir mal. Durch, 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 durch. Boah. Da, allmächtige Dunkelheit. Das war der böse Raum. Okay. Einmal einfach in die Richtung durch. Äh, in die Richtung durch. Ha, nichts drin. Ich hab echt kein Glück. Da ist auch nichts drin. Na, okay, Heilung. Brauch ich die denn? Nein. Moment. Nö, kommt voll. Na, Heilung brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Hallo? Ich wette, wenn ich halbtot wär, würde nicht eine einzige Heilungsrugel da rauskommen. Nicht mal eine kleine. Ah, der Mogri. Oh, Punkte. Hm. Was kaufen? Oh, 312 Punkte. Natürlich was kaufen. Hm. Was haben wir? Ah, komm, machen wir mal Risiko. Wir kaufen das teure Paket. Toll. 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 Naja, das... Moment, das ist ein High Potion. Oh, 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 oh. High Potion, ja. Ah, ein Sechser sogar. Das ist nicht schlecht. Hm, stopp. Naja. Also, fürs eine High Potion hat es sich, glaube ich, gut gelohnt. Der Rest war... Ja, naja. Nicht so dolle. Karte. Königsanhänger. So, runter. Äh. Ach stimmt, ich bin schon im letzten Raum. Da. 30. So, eine allmächtige Dunkelheit opfern wir nochmal. Hier habe ich nichts. Ach, gnadenlos. Ja, das ist die ganz, ganz böse. Äh, da habe ich nichts. Also nichts hohes doppelt. Da habe ich was. Da nichts. Da nichts. Ein falscher Schatz kann weg. Nein. Nein, die benutze ich irgendwann mal. Nein. Nein. Verschnaufpausen. Wow, so viele Verschnaufpausen. Warum das? Was? Wie viele Mogiräume habe ich... Ach stimmt, ich habe eine Menge Mogiräume bekommen hier. Okay. Dann war rein. Auf zum Boss. Der dumme Krak hier. Heri, so viele Gäste. Hast du's dir schon überlegt, wie blöse? Für Fabius will ich alles tun. Aber du musst mir weisen, dass ich dir vertrauen kann. Du hast gesagt, wir könnten Fabius retten, wenn ich dir den Dreizeit kicke. Du weißt es. Aber natürlich. Siehst du? Ih, sie geht auf ihn drauf. Oh, ja. Wusste nicht, ob das da was faul ist. Da hast du's, wenn du deinen Fabius zurück... Äh, Entschuldigung. Da hast du's. Wenn du deinen Fabius zurückhaben willst, gib mir den Dreizeit. Wow, der Dreizeit ist ein kleines, winziges, glühendes Lämpchen. Also ich hatte ihn anders in Erinnerung. Ach, endlich gehört er mir. Jetzt bin ich die Röscherin der Meere. Lass Fabius frei. Aber natürlich. Aber natürlich. Ach, bin ich großzügig. Apropos. Doch, so wollte es doch immer schon andere Welten sehen, oder? Nun, liebes, ich hab die perfekte Welt für dich ausgesucht. Leider ist es nur eine Gehenfahrt. Wehe, du kannst... Oh Gott, nein. Du kannst fliegen. Das Meer und seine Bewohner werden von mir niederknieren. Ha, ha, ha. Warum kannst du nicht auf dem Boden bleiben? Was denn? Ach so, ich muss dann den ganzen Kraken erstmal kaputt machen. Äh, ah, Krakenarme kaputt machen. Ihr frisst das und... Ah, schade. Ih, ich wurde gekontert. Ah. What the? Was hat das? Okay, los geht's. Du hast ja noch nicht einmal so viel. Ja, dafür, dass man nur schwer an dich drankommt. Das ist wohl, glaube ich, auch gerecht. Hey, nicht abhauen. Hallo. Nein. Ariel? Power. Was machst du jetzt? Ja, Parade, ich weiß. Bringt nicht. Ariel. Hm, nice. Oh. Hallo. Heilen. Und heilen. So. Au. Jetzt aber Kreuzheb. Nein. Mach nicht die kleinen Dinger kaputt, du Idiot. Hä? Ah. Jawohl, du bist runtergekommen. Jetzt frisst das und das. Und am besten noch ein bisschen davon und ein bisschen Kohlensäure. Warum Kohlensäure? Ich weiß es nicht. So, hier. Kohlensäure und Magensäure und was auch immer für eine Säure. Ja, geil. Wow. Ausgewichen. Nein, verdammt. Jawohl. Wow. Was? Was war das? Was war das? Ja, nix. Du, 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 du. Was war das denn für eine inbar Kacke? So, äh. Moment. Start Select. Sollte man eigentlich Gespräche überspringen können, hat mir jemand gesagt. Ich glaube, Gerrick war das, aber, äh. Hallo. Ne, geht nicht. Schade. Plus, minus, x, y, z. In dem Moment, die gibt es ja gar nicht. Also das z jedenfalls nicht. Ohne Moment, das ist ein Game Boy. Es gibt auch kein x und y. Schade. Na, na, na. Ja, ja, gib mir wieder das Lämpchen. Aber, boah. Was war das? Der hat mich angekotzt. Und zwar zu Tode. Bah.